So, ich höre mir das schon besser. Jetzt muss ich nur den Typen da hinten ausschalten. So, Licht, komm vorbei. Schiefe Ebene. So, nach unten und rechte Maustaste. So, nach unten. Wir haben einen Bogey auf dem Perimeter. Dann sehen wir den Hund bereit, um in eventuell zu evakuen. Oh, und wir haben sein Träger-Device in Building 6. Natürlich. Building 6 muss ich mir up. Das ist es. Wenn wir unsere Hände auf dem Tracking-Device bekommen, wird es uns direkt zu Karajan führen. Was ist das? Was ist das? I should look around. Also alarm, I guess. Komm mit von hier. Okay. Okay. Hey, look at this. One of our Scouts left behind some equipment. Hören wir noch einen? Hier. Da auch Bombe. Ja. 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 Ja komm, auch da. Hm. Damit die Rauchruppe ausrüstet. Ah. Cool. Oh. That is a... There. He's headed to the tracking device. If we follow him, he'll lead us straight. Okay. Watch the door. You, come with me. chump. Land, ich stieß die Tür hinter mir zu. Hey, schütze ich! Scheiße! Jetzt werden wir niemals den Tracker bekommen. Neuer Versuch, neues Glück. Was that light? This light shouldn't be out. Jeez, how many people does it take to fix a light bulb? Ah, I wasted time. I'm sure there's nothing here. Okay. It's easier, I don't have to spend any of them. No! Hey! Guys! They found us. Ah, shit. I couldn't run out. I lost. I don't have a light bulb here, or what? Yeah, great. You, come with me. I knew I heard something from over here. Huh? Vielleicht höre ich nur etwas... Did I hear something? Get closer. I'm sure there's nothing here. I'm sure there's nothing here. I can trust you. I can trust you. I'm sure there's nothing here. I'm sure there's nothing here. Sok michin Muss ich ja wohl Geh näher! Geh näher! Geh näher! Geh näher! Das Tracking-Device ist in diesem Office, aber es ist stark gegründet. Wir müssen einen anderen Weg finden. Hmm... Das war's für heute. So, und die Tür, die geht auch wieder zu. Ja, und dann. Eine raufkommbar. Und lenken wir ihn jetzt ab, indem wir da hinten das Licht kaputt schießen. Was? 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 Das war's für heute. Knappes Ding, aber ungeschafft. Kurz mal gucken, was ist hinter der Tür? Nein. Da ist er. Jetzt kannst du ihn nur töten und das Gerät nehmen. Oder, wenn du dich schuldig fühlst, steh ihn von ihm. Wenn wir ihn umbringen, ist bestimmt Alarm. Wenn ich jetzt linke Masse drücken muss, oder rechte Maustaste. Da ist er. Was ist das? Hey! Was ist das? Shit! Puh! Letzter Versuch. Möcht euch ja auch nicht langweilen. Da ist er. Jetzt kannst du ihn nur töten und das Gerät nehmen. Oder, wenn du dich schuldig fühlst, steh ihn von ihm. Hey! Ein Versuch noch. Komm mal. Haben sie mich verarscht? Dachte ich, mal können wir noch mal das Gleiche machen. Äh, müssen wir mal das Gleiche machen. Okay. Das sind nicht nur Filmlaser. Kleine wie eine Spinne. Wie eine Spinne. Da ist er. Jetzt kannst du ihn nur töten und das Gerät nehmen. Oder, wenn du dich schuldig fühlst, steh ihn von ihm. Hey! Du siehst meine Sicht! So ist er. Streck! Da ist er. Jetzt kannst du ihn nur töten und das Gerät nehmen. Oder, wenn du dich schuldig fühlst, steh ihn von ihm. Da ist er. Jetzt kannst du ihn nur töten und das Gerät nehmen. Oder, wenn du dich schuldig fühlst, dann kannst du ihn nicht mehr. Schau dir die Tür. Schau dir die Tür. Schau dir die Tür. Der Elevator ist blockiert. Wir müssen ihn aus der Weg gehen. Lies mich nicht. Hallo! Es ist klar. Hier muss ich ja gar nicht. Einfach hier hoch springen. Okay, hier durch. Wie Scheibenwischer sehen sie aus. Und rein. Unser Nächster. Keine Ahnung. Zu. 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 Okay, dann abseilen. Okay. He smells like intruder. Hey, target sighted! Verdammt! Hey, hey! Einfach dort gebe ich mir! Leute, das ist er! Der Hund ist böse! Der Hund ist böse! Ich weiß nicht, dass du hier. Okay, ich drehe mich mal. Gute Arbeit. Jetzt kann er nicht von uns entfernen. BAM! Alles erledigt. Ja, das war doch relativ erfolgreich das Level. Entschuldige, dass ich bitte einmal, zweimal, viermal neu gestartet habe, um eine Situation perfekt dazu zu lösen. Aber so ein Spiel muss man halt so spielen. Ich hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzusehen und ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Tschüss!